Wir, die Veranstalter der BVSW, freuen uns sehr, dass der 8. Bayerische Sicherheitstag hier am Five Star Flughafen München sehr erfolgreich zwendig ergangen ist. Es war wieder eine gelungene Veranstaltung mit über 100 Teilnehmern und ich denke, das bestärkt uns in unserer gemeinsamen Veranstaltung. Wir haben in der Sicherheitswirtschaft und in der Sicherheitsbranche mit großen Herausforderungen schon seit mehreren Jahren zu tun. Das ist die technische Weiterentwicklung in der Branche, die Digitalisierung, der Datenschutz, letztendlich aber auch ein Fachkräftemangel und ich denke, es ist uns heute wieder gelungen, nicht nur diese Themen aufzuwerfen, sondern auch für alle Veranstaltungsteilnehmer, da neue Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ich finde es eine sehr interessante Veranstaltung, weil es vor allem die Brücke zwischen den Behörden und der Industrie und den Sicherheitsdienstlern schlägt und für mich als Hersteller ist es eine äußerst interessante Plattform, um einfach Leute hier kennenzulernen. Also was mir am Bayerischen Sicherheitstag besonders gut gefallen hat, ist die Kombination aus Praxis, also Sicherheitswirtschaft, den Unternehmensvertretern und auch den wissenschaftlichen Beiträgen, die in der Kombination genau richtig war und dann noch in diesem innovativen Umfeld, hat mir gut gefallen. Der Bayerische Sicherheitstag ist auch in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg und ein absoluter Mehrwert für die Teilnehmer. Hochrangige Referenten sprechen zum Thema Sicherheit, die Veranstaltung ist gut besucht und das Audi-Trainingszentrum auch jederzeit einen Besuch wert. Es freut mich, dass die beiden Verbände BDSW und BV-SW mir die Möglichkeit gegeben haben, bayerische Aktivitäten im Bereich der Digitalisierung vor ihren Mitgliedern vortragen zu können. Ich finde es total gut, hier sein zu können, weil es, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist, zu sehen, wie die klassische Sicherheitsindustrie, IT-Security, alles was online im Cyberraum passiert, hier zusammenwächst, finde ich total spannend. Ich finde die Vorträge sehr, sehr spannend bisher und ich gehe auch davon aus, es wird am Nachmittag genauso sein, die Location ist wirklich super toll, also sehr gelungene Veranstaltung aus meiner Sicht. Diese Veranstaltung für uns ist immer wieder ein wichtiger Punkt im jährlichen Meilenstein der Zusammenarbeit mit den Firmen der privaten Sicherheitswirtschaft. Wir treffen hier unsere Partner, mit denen wir im täglichen Zusammenarbeiten. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, hier die kompetenten und richtigen Ansprechpartner zu finden und eben wieder zu treffen und je besser diese Abstimmung erfolgt und je genauer man sich kennt, desto besser, glaube ich, wird auch hinterher das Ergebnis sein. Wir sind sehr zufrieden mit der heutigen Veranstaltung, dem 8. Bayerischen Sicherheitstag von BDSW und BVSW. Wir haben heute das Thema wissenschaftliche Betrachtung in den Vordergrund gestellt und Studienergebnisse präsentiert bekommen zum Thema Sicherheit. Das ist für uns alle spannend, wohin die Reise geht. Wir sind bereits jetzt in der Planung für das nächste Jahr und freuen uns, wenn wir Sie wieder zu unserem Event, dem dann 9. Bayerischen Sicherheitstag von BDSW und BVSW, begrüßen dürfen. Vielen Dank.